Die Rettung von Holtraude Teil 3 Nach langer und beschwerlicher Reise gelangt Ritter Fipps endlich im schwarzen Tormann. Prinzessin Holtraude, ich werde euch retten. Nicht, wenn ich ein Wort mitzureden habe. Hier kommt ihr nicht weiter. Schleif! Helfen mir! Ich schreite zur Tat. Mich kannst du nicht besiegen. Zieh es ein. Scheiß, heiß, heiß, verdammt. Sein Panzer ist zu stabil. Aus dem Weg, Alter. Wie bitte? Ey, du hast ja keine Peilung. Das ist ein Drago und Humanis. Die haben sehr schwache Knie. Skateboard-Attacke! Aua! Mein Knie, das tut so weh! Oh, welch wunderbare Tat. Meiner Retterin bin ich auf ewig zu Dank verpflichtet. Das ist nicht rechtens. Ich wurde ausgesandt euch... Klappe zu, Blechgestell. Komm her, Holtraude. Auf mein edles Gefährt. Es ist mir eine Ehre, meine Liebsten. Und so musste sich Ritter Fipps auch der Liebe dieser beiden Damen geschlagen geben. Holtraude ward gerettet. So endet diese Geschichte. Das ist nicht fair! Ach, halt den Rand! Weißt du eigentlich, dass man sich total bescheuert vorkommt, wenn man vorm Rechner sitzt und versucht, irgendwelche drakonischen Laute vor sich zu geben, das sich dauernd so anhört, als ob man kotzen müsste? Huh? Tch!